Wir Südtiroler haben unser Land mit Fleiß und Zähigkeit aufgebaut. Landeshauptmann Kompatscher, SVP und die anderen Willkommensklatscher haben unseren Frieden und unsere Sicherheit wegen der Masseneinwanderung aufs Spiel gesetzt und Scheinassilanden blind aufs Land verteilt. Wir Frauen und jeder, der nicht mit der Limousine vor das Landhaus fährt, spüren täglich diese dramatischen Auswirkungen. Mein Name ist Uli Mayer. Ich will in meiner Heimat keine Angst haben müssen. Bilden Sie deshalb am 21. Oktober die Freiheitlichen und geben Sie Südtirols Zukunft in sichere Hände.